hallo mein lieben und ein ganz ganz herzliches willkommen zu einem neuen kleinen tutorial hier bei raft mein lieben schön dass ihr wieder reinschaut und schön dass ihr wieder dabei seid heute behandle ich mal so zwei drei fragen die immer wieder auftauchen in der community und zwar die erste ist zando warum baust du überhaupt anderthalb stockwerker hoch statt nur eins hat es damit irgendwas auf sich und zweitens wie baut man richtig ab das ist ganz ganz wichtig zu wissen weil man kann da unheimlich ressourcen sparen und das möchte ich euch heute zeigen warum baue ich anderthalb stockwerker hoch ihr wisst ja ganz genau am anfang bei raft startet man immer mit dem 2x2 raft also mit dem 2x2 fluss da treibt man so ein bisschen auf dem ozean rum denkt bitte daran das ist der kreativ modus das ist mein kreativ raft und so weiter so fort deshalb ich habe nur mal so ein bisschen außerhalb ein kleines raft hier angebaut man kann ja alles anwählen nach wie vor es geht auch alles ein bisschen schneller mit abbauen ich möchte euch nur mal schnell zeigen so dass jetzt das raft wo er am anfang beginnt und darauf irgendwas zu bauen das könnt ihr vergessen deshalb macht es am anfang mal so das sieht das teil aus und deshalb macht es am anfang immer so baut auf jeden fall erst mal ein ganz kleines bisschen größer am besten drei mal drei vier mal drei oder 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 und dann könnt ihr schon mal und dann könnt ihr schon mal bei der größe könnt ihr schon mal versuchen die ersten wände zu setzen das möchte ich gleich mal zeigen dann schauen wir mal da brauchen wir mal ein bisschen größer gleich also wir bauen mal sechs mal vier sind 24 das ist so 24 elemente so ist so mein standard am anfang dass wir beginnen kann und dann setzt man halt heute wenn du denk dran die holzwände die gucken euch an beziehungsweise ist das innen der holzwände wenn euch diese querholzlatten angucken das ist meistens innen und das seht ihr dann wenn man dann außen vorbeiläuft seht ihr dann einfach nur von außen eine wunderschöne holzwand das ist eine ganz ganz einfache und so sieht es halt von innen aus wenn ihr das jetzt verfeinern würde zählte dass ne sehe das halt so aus und da sieht man keinen unterschied mehr zwischen innen und außen und jetzt kommt es gleich zur ersten frage es wurde gefahrt santo warum baust du übrigens anderthalb stockwerke hoch statt ein stockwerk das möchte ich euch gleich zeigen das hat eine ganz spezielle bewandten ist und zwar unsere protagonisten die sind ziemlich hoch beziehungsweise ziemlich groß gewachsen und schaut mal die sind fast die sind fast so hoch wie ein komplettes stockwerk ein komplettes stockwerk bei mir ist immer ein großes stück wie soll ich das sagen eine holzwand ist bei mir immer ein stockwerk das sind immer zwei zwei kleine elemente oder ein großes und deshalb sage ich da immer so ein stockwerk dazu ich baue dann gerne hier oben dann ganz gerne noch die hälfte an weil ich mich euch auch gleich zeigen wir werden das dann gleich mit mit ein paar dächern versehen so die bauen wir dann einfach hier an hier in der mitte hier in der mitte haben wir dann wahrscheinlich gleich ein problem weil das geht nicht so einfach hier so mit dächer installieren hier oben geht es noch an der seite weil an der seite für die ganze konstruktion die dachkonstruktion noch gestützt aber ihr seht an hier geht es schon mal nicht mehr also müssen wir hier dann anfangen das müsst ihr das müsst ihr dann rausfinden wann das für euch dann zeit ist mit diesen mit diesen längsbalken einfach ein paar längsbalken einfügen dann einfach wieder rein in den einfach rein in die diese böden oder diese holzböden kann man ja auch für dächer verwenden und dann habt ihr hier den ersten kleinen abgeschlossenen raum der ist zum beispiel wichtig dass er da so kleine anbaufelder einbauen können am anfang mit rüben oder mit kartoffeln und so weiter sofort da picken euch die vögel nicht ganz so viel weg wie eigentlich wenn das komplett im freien steht also die möfen hier oben die hier rum kreisen die picken euch dann ja die meiste zeit picken euch dann einfach wieder die kartoffeln und die rüben aus den kleinen anbaufeldern raus warum habe ich das jetzt gebaut und zwar normalerweise ist es so wenn man hier nur zwei stockwerker hochbaut das kann ich euch jetzt gerne hier noch mal zeigen wenn man nur zwei stockwerker hochbaut ist es so dass man ein richtiges problem kriegt und zwar wenn man verschiedene dekorationen anbringt ich gehe jetzt noch mal davon aus dass wir hier einfach ein paar lampen installieren jetzt gucke ich gerade mal wo die ganzen lampen hin sind ja man könnte die dann verwenden und so weiter sofort oder dann hier ganz normal die hier die laternen nutzen einfach mal die normalen laternen oder halt die normal die metall laternen und die hängen wir dann hier einfach auf schaut so wenn jetzt unser protagonist dagegen läuft hat er nicht so viele chancen da durchzukommen ist was ich meine da gibt es noch wenn da gibt es noch größere protagonisten und so weiter und so fort dann ist es halt immer ein kleines problem vor allem im richtigen spiel das ist der kreativ modus da ist es nicht so schlimm aber im richtigen spiel bleibt da da immer dran hängen und genau deshalb baue ich anderthalb stockwerke hoch hier im kreativ modus kann man ja durch alles durchbringen das ist ja kein problem und so weiter und so fort aber ihr seht schon da bleibt auch so ein kleines bisschen hängen wenn man jetzt die zwei laternen ein anderthalb stockwerk hoch macht denkt dran das kostet alles ein ganz kleines bisschen mehr holz aber wenn er so ran bauen habt ihr zwei vorteile erstens wird der raum deutlich mehr ausgeleuchtet weil die funsen hängen weiter oben das heißt die strahlkraft geht deutlich weiter geht deutlich weiter runter und zweitens unser protagonist kann sich nicht mehr irgendwo anstoßen das ist ja unser detlef unser detlef der ist nicht ganz so groß gewachsen aber es gibt wie gesagt es gibt noch zwei drei andere protagonisten die sind schon ein bisschen größer und die würden sich dann stoßen wenn man dann hier ganz normale dieses diese laternen und diese leuchten zu installiert deshalb baue ich immer anderthalb stockwerke hoch so mal so als kleinen tipp für euch vielleicht kann ich den einen oder anderen inspirieren das auch mal auszuprobieren so und jetzt kommen wir mal zur zweiten frage santo wie baut man den richtig zurück und zwar ist es so bei reft bei reft zurückbauen da gibt es ein kleines problem und zwar muss man wissen wie man aufgebaut hat wenn man weiß wie man aufgebaut hat kann man auch das wieder zurückbauen weil immer wenn man zurückbaut kriegt man die hälfte der ressourcen wieder allerdings nur wenn man weiß oder wenn man alles nacheinander so zurückbaut wie man es aufgebaut hat weil ist es nützt jetzt nichts wenn man zum beispiel den den balken wegnehmen und in der mitte bricht ihr das teil weg schaut mal weil das einfach keinen haltepunkt mehr hat in der mitte das dach kann nur halten wenn ihr an der seite so eine holzsäule anbaut so eine nur dann kann hier oben der holzbeutel halten so weiter hier diese dieses tragende stück weg nimmt pflegen damit das teil weg und somit auch die ressourcen zum abbauen die ihr eigentlich wieder bekommt deshalb würde ich immer empfehlen wenn ihr abbaut baut bitte immer zuerst nach folgendem schema ab könnt ihr dann alles gerne mal ausprobieren kein problem ich habe da auch ich habe da auch sehr viel ausprobiert ne baut immer von einem raum wenn ihr einen raum zum anderen abbauen wollt baut bitte immer zuerst die böden bzw die dächer ab und immer von innen nach außen ist ganz ganz wichtig wenn ihr das so weit gemacht habt und ihr habt nur noch die außen elemente stehen zur wand dann ist das alles kein problem dann könnt ihr mit die balken anfangen gesät die balken die fliegen dann auch weg deshalb muss man sich noch ein kleines bisschen anders machen ich möchte ja das ist ja schöner feldversuch hier geht richtig richtig toll also nimmt man erst die erste seite weg dann nimmt man das den balken weg dann nimmt man die zweite seite weg und ihr seht schon dass das ding fliegt auch gleich mit weg also egal was man hier probiert eine seite von den balken fliegt immer weg außer man setzt sie in der mitte noch einen balken oder man setzt hier noch ein stützbalken hin das kann man alles machen allerdings ihr seht gerade ein balken fällt leider die ressourcenfeinheit immer zum opfer aber das ist kein problem sobald ihr die mittleren bodenelemente zuerst oder die dachelemente zuerst abnimmt und dann nacheinander die balken wegnehmen spart ihr euch im prinzip schon relativ viele ressourcen weil er sehr viel wieder bekommt und dann einfach die außenelemente die an der wand sind abnehmen jetzt habt ihr gerade gesehen oh ja moment santo jetzt hast du aber jetzt hast du aber die dächer tatsächlich abgebaut und da waren noch die ganzen lampen drauf stimmt bestes beispiel wenn ihr das abbaut dann würde ich euch ganz ganz herzlich bitten baut bitte immer zuerst alles ab was ihr da drauf oder darunter installiert ist im prinzip völlig egal was und wenn oben drauf ein kleiner grill steht oder in eine kleine wasserversorgungsstation oder oder baut bitte zuerst alles ab das heißt nicht abreißen erstmal mit der axt sondern baut bitte erst separat die funsen ab wenn ihr das abgebaut hat einfach auf x drücken dann ist so ein ladescreen und der baut dann der baut dann diese elemente ab und jetzt könnt ihr das nacheinander abreißen und das war's und ganz auch wichtig baut bitte nicht von unten nach oben ab sondern baut bitte von oben nach unten ab warum weil alles was ihr von unten nach oben abbauen wollt fliegt dann oben mit weg weil ihr wisst ja dass das kann nicht frei in der luft stehen ist wie im richtigen leben auch wenn das hier noch gestützt wird auf der seite aber das ist bei rev ganz ganz anders das wird im prinzip nicht von der seite geschützt sondern dieses element wird tatsächlich nur von unten gestützt deshalb seid bitte so gut wenn ihr abbaut baut immer von oben nach unten ab ganz ganz wichtig und jetzt könnt ihr das alles hier nacheinander wunderbar wegnehmen okay ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen wie gesagt ganz ganz wichtige regel von oben nach unten abbauen bitte oben erst die im prinzip die elemente in der mitte wegnehmen dann bitte die balken wegnehmen und dann die kompletten außenbereiche zur wand und dann von der wand an der wand von oben nach unten abbauen so könnt ihr euch schon die ein oder andere ressource sparen kriegt ihr die ein oder ressource sehr sehr gut wieder beziehungsweise immer die hälfte wenn das ganze anstellt und dann könnt ihr ja mit noch mehr ressourcen auch wenn er damit gar nicht rechnet wieder was neues aufbauen und wieder was neues anstellen mit den sachen okay ich hoffe ich konnte mal einige fragen klären ich hoffe ich konnte euch einige tipps geben bis hierher ganz ganz herzlichen dank für zugucken wenn es euch gefallen hat würde ich mich riesig freuen wir noch in den nächsten folgen wow geil hier wieder dabei sein geiler abschluss mit den definien und herzlichen dank ciao